Hi, mein Name ist Vicky und heute machen wir Blitz Workout. Dafür brauchen wir zwei kleine Hanteln oder zwei Wasserflaschen. Ich habe hier 1,5 Kilo. Du kannst gerne 2,5 Kilo nehmen, also von 1 bis 2,5 Kilo. Das reicht schon. Eine Mate für später, eventuell was zum Trinken. Und ich wünsche dir ganz viel Spass. Wir legen direkt los. 25 Minuten haben wir vor uns. Und ganz tief einatmen. Und aus. Nochmal ein. Und aus. Die Schulter kreisen. Sehr gut, die Richtung wechseln. 4, 3, 2, mit Handflaschen nach vorne und nach hinten. Sehr gut. 4, 3, 2, den rechten Arm heben, sinken. 6, 5, 4, von Stein. 6, 5, 2, noch. Und die Seite wechseln. 5, 5, 2, noch. Die beide Arme zusammen aufrichten. Super. Acht. Sieben. Sechs. Letzte vier. Drei. Zwei. Und lösen. Die Knie kreisen. Die Seite immer wechseln. Sehr gut. Vier. Noch sechs. Vier. Letzte zwei. Und kleiner Tipp nach vorne. Ganz einfach. Tipp. Sehr gut. Bauch einziehen. Etwas schneller. Die Arme sind auch ganz aktiv. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jumping Jacks. Zwei. Noch acht. Sieben. Sechs. Sechs. Sehr gut. Letzte vier. Drei. Zwo. Zwei Jumping Jacks. Zwei Knie. Wind. Und geh. Und geh hoch. Sehr gut. Vier haben wir noch, drei, letzte zwei, super, rechts, links, mein Gurt springt mit, die Arme sind aktiv, sehr gut, vier, drei, zwei, auf der rechten Seite halte, super, die Arme heben, das Bein sinken, die Schulterblätter zusammenziehen, jawohl, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Sprung, Opala, ausweich sie nach hinten und lösen, ready for some action, los geht's, hoch, Auf die Knien aufpassen. Tief. Hoch. Tief. Doppel so schnell. Tief. Jawohl. Ob einziehen. Stolz der Brust. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Kick dazu. Auswahlschritt. Und Kick. Kick. Sehr gut. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Let's step. Und Maschine. Sehr gut. Kleiner Tipp. Ganz tief einatmen. Und aus. Und nochmal ein. Und aus. Zweite Runde. Ready for some action. Los geht's. Tempo. Bauch einziehen. Bauch einziehen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Jumping shakes. Sechs. Sechs. Super. Sechs. Zehn. Vier haben wir noch. Drei. Zwo. Rechts. Links. 4, 3, 2, auf der linken Seite halte, sehr gut, die Arme wieder heben und das Bein senken, wieder die Schulterblätter zusammenziehen, 6, 5, 4, 3, 2, und lösen, schieb das Bein nach hinten, Ausfallschritt, wir gehen tief, lösen, sehr gut, und kick dazu, tief, kick, kick, gut so, 6, 5, 4, 3, 2, letzte, und lösen, super, trink was, wenn du brauchst, und wir nehmen die Hand hin, Ich hoffe, es geht dir gut, so, sehr gut, die Füße Schulterbreit stellen, Becken aufrichten, Bauch einziehen, die Schulter einmal kreisen, sehr gut, und senken, heben. Dein Rücken ist gerade, die Beine müssen nicht gerade sein, sehr gut, 8, Noch 4, 3, 2, ich baue noch was dazu, wir gehen tief, die Arme heben, und hoch, tief, die Arme, und hoch, sehr gut, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10,anızen, 3, 2, noch mal, tief, 3, 2, 7, mal die Arme, tief, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jawohl, und wieder einzeln, tief, einmal, letzte 2, und noch eine, jawohl, einfach senken, heben, mit Handflaschen nach vorne, 1, 4, 3, 2, und jetzt gehst du tief, die Arme nach hinten ziehen, und wieder hoch, ziehen, und hoch, ziehen, mit ganze Kraft, jawohl, 4, 3, letzte 2, noch eine, dreimal die Arme ziehen, 3, 2, noch 1, und noch mal, tief, 3, 2, 7, mal die Arme, 3, haben wir noch, 2, und oben halte, ganz kleine Bewegung nach oben, noch 4, 3, 2, oben halte, die Arme strecken, beugen, sehr gut, letzte 4, 3, 2, und lösen, jawohl, die Handen können wir zur Seite legen, wir gehen gleich auf die Matte, bring was, wenn du brauchst, und gleich geht's weiter, sehr gut, so, bin ich zur Seite, super, so, wir starten, mit Kniebeuge, wir gehen ganz tief, pass auf die Knie auf, duken ist gerade, bleibe stolzer Brust, jawohl, und wir gehen runter, und wieder hoch, tief, und hoch, jawohl, und dann halte, die Hände, jump, halte, sehr gut, vier, drei, zwei, zwei, zwei Schritte nach vorne, und die Beine wieder strecken, jawohl, beugen, strecken, beugen, strecken, nochmal beugen, strecken, die Beine, die Beine beugen, halte, und kleine Putsch, Putsch, sechs, fünf, alles ist best, vier, drei, zwei, sehr gut, gut, halte, jump, und zweite Runde, in vier, drei, zwei, wieder tief, und hoch, tief, wir machen drei Runden insgesamt, sehr gut, noch vier, drei, drei, letzte zwei, das letzte, halte, die Hände, jump, jawohl, zwei, zwei Schritte nach vorne, und die Beine wieder strecken, sehr gut, noch vier, drei, letzte zwei, und halte, super, und wieder touch, die Hände berühren die Schulter, letzte vier, drei, zwei, prima, die Beine wieder strecken, halte, die Beine wieder strecken, halte, die Arme nach vorne heben, die Beine öffnen, schließen, okay, zweimal die Arme, viermal die Beine, vier, drei, zwei, noch mal, zweimal die Arme, viermal die Beine, vier, drei, vier, drei, einmal noch, die Beine, vier, drei, zwei, Sprung, halte, dritte Runde, dritte und letzte, halte, halte, los geht's, tief, tief, und hoch, tief, viermal noch, drei, letzte zwei, noch eine, halte, halte, die Hände, die Hände, und jump, super, die Beine beugen strecken, letzte drei, zwei, noch eine, und touch, die Hände berühren, die Schulter, vier, drei, zwei, sehr gut, die Beine strecken, die Arme heben, und die Beine, vier, drei, zwei, eins, wieder die Arme, die Beine, vier, drei, zwei, die Arme, die Beine, und das letzte Mal, schaffen wir, vier, drei, zwei, und lösen, setz dich auf den Kersen, und streck den Rücken durch, jawohl, langsam lösen, wir plänken auf den Unterarmen, bist du bereit, die Beine strecken, und los geht's. vier, drei, zwei, und wir gehen auf die Seite, so, halte, vier, drei, zwei, das untere Bein beugen, 90 Grad, das obere Bein heben, senken, vier, drei, zwei, das Bein oben halten, und schließen, aufrichten. Gut, so, vier, drei, zwei, halten, und wir gehen zurück in die Mitte, linken, ich wechsle die Seite, damit ich dann, damit ich dann, euch anschauen kann, halte, noch vier, drei, zwei, und wir gehen auf andere Seite, halte, letzte, 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 drei, zwei, das untere Bein beugen, sehr gut, das obere Bein heben, und heben, senken. Gleich geschafft, vier, drei, zwei, das Bein oben halten, und schließen, aufrichten. Sehr gut, sehr gut, letzte, sechs, fünf, vier, drei, zwei, und vier. Sehr gut, wir haben es geschafft, setz dich, streck die Beine, streck dich nach vorne, mit dem Bauch, zu Oberschenkeln ziehen, und langsam lösen, ich drehe mich zu euch, streck dich zur Decke, zu einer Seite, zur anderen, sehr gut. Schiebt die Arme nach hinten, und den Brust ganz weit nach vorne. Super, und jetzt den Brust ganz weit nach hinten schieben, öffnen, und wieder schließen, und öffnen. Und das letzte Mal. Sehr gut. Die Schulter kreisen. Ganz tief einatmen. Und das letzte Mal. Sehr gut. Ich danke dir fürs Mitmachen, und bis zum nächsten Mal. Deine Vicky.